Mit diesem Post hat sich Ina von Couple on Tour wohl keinen Gefallen getan. Sie teilt ein Video von sich mit der Message, wenn dir jemand erzählt, wie schwer das Leben ist, du aber mit 26 Jahren einen schlimmen Schlaganfall überlebt hast. Im Hintergrund läuft Bulletproof von LaRue. Der Clip kommt bei ihren Fans aber gar nicht gut an. Sie kommentieren, ja gut, aber andere Menschen können es auch schwer haben, auch wenn sie keinen Schlaganfall hatten, oder? Ist das Leben ein Wettbewerb, wer es schwerer hat? Jeder hat sein Päckchen zu tragen. Viele Fans finden, dass Ina eine furchtbare Message überbringt. Die Influencerin selbst hat auf die Kommentare nicht geantwortet. Das Video hat sie seither aber auch nicht entfernt.